Murat und seine Brüder Murat musste heute zwischen Mannheim und Ludwigshafen halten, weil jemand wieder Mut beweisen musste. Zack, zack, Digga, ganz genau, Bruder. Tore, warum kann ich nicht einfach? Dann kam Murat, endlich am Mainzer Hauptbahnhof. Jo, Murat, Bruder, was macht dein Tattoo? Bruder, lass nicht drüber reden, Tamam. Hey, was ist das? Was denn, Bruder? Ansage, yalla! Achtung, Durchsage! Schießen, Betteln, Stechen und Sammelklöße bitte erst nach 22 Uhr. Lass mal in eine andere Stadt jahre. Was war mit deinen Fahrgästen, Bruder? Ja, jeder Bahnhof ist gleich. Hey! Fast jeder, sorry Fürth, Bruder. Und was machen wir jetzt in Bielefeld, Jane? Junge, Bielefeld existiert gar nicht. Stimmt, Bruder, deswegen sind wir gerade in Leverkusen. Bist du Türke? Ja, wieso? Ist mir egal. Wow.